Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video Leute, heute möchte ich euch einfach mal erzählen warum ich überhaupt mit Griefer Games aufgehört habe, was es damit auf sich hat Leute, weil ihr wisst, ich spiele jetzt ja schon seit mehreren Jahren auf Griefer Games, bin mal zwischendurch wieder inaktiv aktiv, aber ich bin eigentlich so gut wie in der Regel immer wieder bekommen, aber was mich jetzt wirklich in letzter Zeit genervt hat ist, dass Griefer Games keine Neuerungen mehr so richtig reinbringt in dieses, ja wie soll man sagen, auf den Minecraft Server Leute, man kann immer entweder zwei, na gut man kann ein paar Dinge machen, man kann entweder bauen oder man kann fahren wie ein Verrückter und reich werden, zwei andere Optionen gibt es hier eigentlich nicht, Leute die man wirklich machen kann und das ist für mich einfach zu wenig und deswegen gehöre ich auch mit Griefer Games auf, das ist auch einer der Gründe und außerdem sind mittlerweile die Leute auf Griefer Games einfach unerträglich geworden, es gibt wirklich Leute, wo du dir denkst, warum haben die dies, warum haben die das auf Griefer Games, ja weil sie 24-7 suchten ist wahrscheinlich, gut habe ich damit es nicht anders gemacht, aber das ist eine andere Geschichte, aber Leute ihr müsst euch vorstellen, man geht auf den TS, Instant Soundboard, Instant hörst du irgendeine Piepse Stimme, wie du aus dem Hintergrund rufen, du Hurensohn, ähm, ja, natürlich die Streams immer mit euch haben mir immer noch viel Spaß gemacht, aber auch immer nur Plots zu bewerten, dass man nichts wirklich was Neues mal machen kann, dass man immer, wie soll man sagen, in so einer Gasse drin steckt, dass man fast immer dasselbe macht, jeden Stream anschmeißen, Plots bewerten, weiterbauen, das ist für mich einfach keinen Sinn mehr, ich brauche auch mal ein bisschen was Neueres, was ich machen kann, zum Beispiel nicht ein neues Bauprojekt, auch einfach mal ein anderes Spiel, deswegen werden jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich GTA und halt die Spiele kommen, die mir so gefallen, Leute, die ich in letzter Zeit viel spiele, es ist in letzter Zeit viel GTA und viel Online-Rollenspiele, wie heißt das ja, nicht sowas wie World of Warcraft, so ähnliche Spiele halt, World of Warcraft mag ich irgendwie nicht, ja auf jeden Fall Leute, das sind die Gründe, warum ich mit Griefer Games aufgehört habe, weiß nicht einfach, die Community ist scheiße geworden, man kann es nicht anders sagen, die Community ist einfach scheiße geworden, es gibt natürlich auch immer noch viele gute Leute, aber der Großteil, der auf TS rumwandert, oder den du auch, bei YouTubers sind wirklich viele Arschlöcher auch mit dabei, anders kann ich das jetzt nicht sagen, Leute, ich würde es nicht schön reden, ach, die beleidigen mich ja nur auf TS, dies, das, ich sage einfach Arschlöcher geradezu, was soll man das beschädigen, Leute, wenn es wirklich so ist, gut Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Infovideo dazu gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo dalassen.